Das Bodewehr in Rotenförder wurde abgerissen und dann wieder neu aufgebaut. Die Säulenfundamente waren nicht mehr tragfähig. Da die Stützpfeiler in einem schlechteren Zustand waren als angenommen, kam eine Sanierung nicht mehr in Betracht. Das Rotenförderwehr wurde neu gebaut, im Jahr 2015 eröffnet und ist jetzt das neueste von 29 beweglichen Wehren in Sachsen-Anhalt. Das Rotenförderwehr hat nicht nur die Funktion, die Wasserstände zu regulieren, sondern setzt auch den Naturschutz mit der neu erbauten Fischaufstiegstreppe um, so dass Lachs und Stör wieder bessere Lebensbedingungen in der Bode finden. Deshalb müssen auch die Wehrtafeln unterschiedlich eingestellt werden. Das Wehr ist heute ein Wahrzeichen von Rotenförde. Rotenförde ist ein Ortsteil von Stassvold in Sachsen-Anhalt. Erreichen kann man es zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Über den Bode-Radweg? Ein Besuch lohnt zu jeder Jahreszeit. dybwodsch.de Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.